Liebe Autofahrer, hier spricht Ihr Klima-Check-Pinguin live vom Nordpol. Nordpol? So ein Quatsch. Pinguine leben doch am Südpol. Na gut, dann eben Südpol. Aber bitte beeil Dich, mir ist kalt. Nein, halt, stopp. Ich möchte das bitte geklärt haben. Was denn? Na, das mit dem Pol. Pol? Dem Südpol. Schließlich bin ich derjenige, der sein Gesicht für den Spot hergibt. Wo sind wir hier? Wir sind am Nordpol. Was? Ist doch ganz egal, das merkt eh keiner. Sieht doch alles gleich aus. Nein, sowas mache ich nicht. Das ist ein Verrat an unserer Spezies. Wir Pinguine leben schon immer am Südpol. Eisbären, Nordpol, Pinguine, Südpol. Hör mal, wir tun einfach so, als wären wir am Südpol. Du sagst live vom Südpol und niemand merkt den Unterschied. Nein, sowas mache ich nicht. Armstrong ist auch nicht im Sandkasten gelandet und hat gesagt, er wäre auf dem Mond. Du bist aber nicht Armstrong, sondern der Klimaceck-Pinguin und wir drehen hier keine Dokumentation, sondern einen Werbespot. Dann will ich eine Autowerkstatt. Die passt eh viel besser zum Produkt. Okay, Requisite, bitte eine Autowerkstatt. So, zufrieden? Dann bitte. Liebe Autofahrer, hier spricht Ihr Klimaceck-Pinguin live aus der Autowerkstatt. Damit es bei Ihnen im Auto auch immer so schön frisch ist, wie bei uns am Südpol, ist eine gut und regelmäßig gewartete Klimaanlage besonders wichtig. Ein Klimaceck spart nicht nur Geld, sondern ist auch besser für die Gesundheit. Machen Sie jetzt den Klimaceck. Am besten bei Ihrer Fachwerkstatt. Nur echt mit dem Pinguin. Danke. Perfekt. Sag ich doch. Mehr Informationen rund um den Klimaceck gibt's hier. Ja, Sie können den Bären jetzt abholen. Nein, wir haben ihn gar nicht gebraucht. Wie, zwei Wochen? Sie können doch nicht, aber aufgelegt. Du lieber Himmel.